Was bedeutet es, wenn man weiß, dass die Struktur des Seins verbietet, dem Sein einen Sinn oder eine Bedeutung zuzuerkennen, damit anstelle die Handlung vollzogen werde und es verbietet, in ein authentisches Sein, in eine authentische Existenz zu kommen, aus den gleichen Gründen. Und nur vorgaukelt durch jenen Mechanismus, nicht mehr zu wissen, dass man nicht mehr weiß, nicht im wirklichen Sein zu sein, nicht ein tatsächliches bewusstes Bewusstsein zu haben von Dasein. Denn hätte man dies, wäre man Zeitung, Abzeitigkeit, kontinuierliche Auslöschung. Was bedeutet es also, dies zu wissen?